Hallo und herzlich Willkommen zu diesem neuen Video von Eupho & Co. Heute einmal etwas knapper gehalten und zwar wollen wir euch heute einfach mal eine Neuheit oder Produktergänzung aus unserem Hause präsentieren. Und zwar haben wir, wie ihr hier schon sehen könnt, die neue Seiko LX Reihe aufgenommen. Heißt, diese bieten wir nun auch zum Verkauf an. Diese findet ihr bei uns auf der Online-Seite. In diesem Video wollen wir euch einfach mal ein paar nette Eindrücke schon mal von den Modellen vorstellen. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, welches wir als erstes für euch präsentieren sollen. Wir sind schon ganz gespannt auf eure Meinung, da sind so viele schöne Modelle dabei. Lasst es uns bitte wissen. Ansonsten wird das tatsächlich das letzte Video in diesem Jahr sein vermutlich. Und daher wünschen wir erstmal allen frohe Festtage und frohe Weihnachten. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.